Das Mädchen verließ das Hotel und verschwand spurlos. Sie musste eine gerade Straße vom Stadtzentrum ausnehmen. Als die Polizei die Suche nach ihr aufnahm, schien sie jedoch wie vom Erdboden verschluckt. Viele beunruhigende Entdeckungen, unerwartete Wendungen und äußerst bizarre Ereignisse erwarteten sie. Mehrere Jahre lang blieb der Fall einer der verwirrendsten Fälle des Verschwindens, doch schließlich kam die unerwartete Wahrheit ans Licht. Brittany Drexel wurde am 7. Oktober 1991 in der amerikanischen Stadt Rochester im Staat New York geboren. Die Eltern des Mädchens trennten sich, als sie noch sehr klein war. Bald darauf heiratete ihre Mutter einen anderen Mann namens Chad, der Brittany adoptierte. Das Paar bekam später eine weitere Tochter, Marisa. Aufgrund des Militärdienstes von Chad mussten sie häufig umziehen. Nachdem er den Dienst verlassen hatte, ließ sich die Familie in einem Vorort von Rochester namens Chilis nieder. Schon in früher Kindheit wurde bei Brittany eine seltene Erkrankung des rechten Auges diagnostiziert. Das Mädchen musste eine Reihe komplizierter Operationen durchführen lassen. Den Ärzten gelang es jedoch nicht, das Problem zu beheben. Infolgedessen hörte das Auge auf zu sehen und später begann Brittany Kontaktlinsen zu tragen, um diesen Defekt zu verbergen. Trotzdem lebte das Mädchen ein erfülltes und glückliches Leben. Sie hatte viele Freunde. Sie liebte es, Zeit im Freien zu verbringen und Sport zu treiben. Während ihrer Schulzeit verliebte sie sich in den Fußball und trat der örtlichen Frauenmannschaft bei. Brittany war von diesem Sport so angetan, dass sie in kurzer Zeit hervorragende Ergebnisse erzielte. Auch für ihre Zukunft hatte das Mädchen große Pläne. Sie entschied sich, Krankenschwester, Kosmetikerin oder Model zu werden. Als Brittany 16 Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Dieses Ereignis machte ihr schwer zu schaffen, ebenso wie ihrer jüngeren Schwester. Dennoch versuchte das Mädchen, eine positive Einstellung zu bewahren. Darüber hinaus kommunizierte sie weiterhin mit ihrem Vater und sah ihn regelmäßig. Ein Jahr später, im April 2009, wollte Brittany mit ihren Freundinnen die Frühlingsferien in dem Badeort Myrtle Beach in South Carolina verbringen. Ihre Mutter stand der Idee jedoch sehr ablehnend gegenüber. Das Mädchen war erst 17 und die Stadt war mehr als 1000 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Alle ihre Freunde waren ebenfalls Teenager und keiner der Erwachsenen wollte sie auf dieser Reise begleiten. Außerdem hatte die Mutter sofort ein ungutes Gefühl bei dieser Reise. Sie hatte das Gefühl, dass ihre Tochter in großer Gefahr schweben würde. Schließlich verbot die Frau, ihr dort hinzufahren, was Brittany sehr verärgerte. Sie und ihre Mutter stritten sich und sprachen mehrere Tage lang praktisch nicht miteinander. Am 22. April erzählte das Mädchen ihr, dass es zu einem Freund gehen wollte, der ein Haus am Ufer eines örtlichen Sees besaß. Brittany wollte dort ein paar Tage verbringen, um sich auszuruhen und ihre Gedanken zu ordnen. Ihre Mutter hatte nichts dagegen, da der See in der Nähe ihrer Stadt lag und sie ließ sie gehen. Tatsächlich beschloss Brittany, mit ihren Freundinnen nach Myrtle Beach zu fahren, ohne es ihrer Mutter zu sagen. Sie war ehrlich gesagt der Meinung, dass die Mutter die möglichen Risiken überschätzte und dass ihr nichts Schlimmes passieren würde. Sie traf sich noch am selben Tag mit ihren Freunden und sie fuhren mit dem Auto dorthin. Die Fahrt dauerte 13 Stunden. Danach checkte die Gruppe im Zwei-Sterne-Hotel Bahabur ein, das direkt am Meer im Zentrum der Stadt liegt. Das Mädchen war von der Reise begeistert. Sie verbrachte Zeit am Strand, spazierte durch die Stadt und genoss ihren Urlaub im Allgemeinen. Nach ihrer Ankunft rief Brittany ihre Mutter an, um ihr zu sagen, dass es ihr gut ging. Sie verheimlichte weiterhin, dass sie in einen anderen Staat gereist war und erzählte ihr, dass sie und ihre Freunde spazieren gehen und dann zu Hause einen Film ansehen würden. Am 25. April rief sie ihre Mutter erneut an und sagte, dass sie am nächsten Tag gegen 8 Uhr abends nach Hause zurückkehren wolle. Das Mädchen beschloss, zu Fuß zu dem Hotel zu gehen, in dem ihr alter Freund aus Rochter wohnte. Es lag etwa zweieinhalb Kilometer von ihr entfernt auf einer geraden Straße an der ersten Uferlinie. Fast unmittelbar nachdem das Mädchen dort angekommen war, schrieb ihr eine ihrer Freundinnen eine SMS. Zuvor hatte Brittany sie gebeten, ihr ein paar Hosen zu leihen. An diesem Abend verlangte die Freundin jedoch, dass sie sie zurückgab, da sie sie selbst tragen wollte. Brittany war unglücklich darüber, dass sie die ganze Strecke noch einmal laufen musste, da sie die Hose bereits trug. Trotzdem verließ sie das Hotel des Freundes und machte sich auf den Weg zu ihrem Hotel. Unterwegs schrieb das Mädchen ihrem Freund John eine SMS. Er hatte geplant, mit ihnen diesen Ausflug zu machen, aber er konnte sich nicht von seinem Teilzeitjob freistellen lassen. Brittany erzählte ihm, dass sie zurück zum Hotel laufen müsse und beschwerte sich über ihre Freundin. Irgendwann hörte das Mädchen plötzlich auf zu antworten. Das kam John seltsam vor. Er schickte ihr ein paar Nachrichten und fragte sich, was los sei, aber sie antwortete nicht. Daraufhin versuchte der Mann, sie anzurufen. Doch Brittany ging nicht ans Telefon. Also rief der Junge ihre Freunde an. Sie sagten, dass sie immer noch nicht gekommen sei und auch auf ihre Nachrichten nicht reagierte. John schrieb dem Mädchen noch ein paar SMS. Er dachte darüber nach, dass sie ihn aus irgendeinem Grund einfach ignorierte. Er sagte, dass er alles ihrer Mutter erzählen würde, wenn sie ihm nicht antwortet. Aber auch danach meldete sich Brittany nicht. Und John wurde klar, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Also beschloss er, ihre Mutter anzurufen und ihr zu sagen, was los war. Die Frau war schockiert über die Tatsache, dass ihre Tochter ohne Erlaubnis dorthin gegangen war. Sie rief sofort die örtliche Polizei an und meldete das Vermissen. Später reiste sie nach Myrtle Beach. Auch ihr Ex-Mann folgte ihr, um bei der Suche nach dem Mädchen zu helfen. Die Polizeibeamten von Myrtle Beach begannen ihre Suche erst am nächsten Morgen. Nachdem sie mit Brittneys Freunden gesprochen hatten, erfuhren sie, dass das Mädchen ihr Hotelzimmer gegen 8 Uhr abends verlassen hatte. Um 8.30 Uhr wurde sie in dem Hotel, in dem sie wohnte, mit einer Kamera aufgenommen. Bereits um 8.48 Uhr wurde Brittany erneut von den Kameras eingefangen. Diesmal verließ sie das Hotel ihrer Freundin. Die Polizei versuchte, weitere Kameras auf dem Weg zu ihrem Hotel zu finden. Es gelang ihnen jedoch nicht. Die Ermittler sprachen auch mit dem Freund, den das Mädchen besucht hatte. Der junge Mann gab an, dass er und seine Kumpel sich zu dieser Zeit ein Baseballspiel ansahen und Brittany sich nicht zu ihnen gesellte. Gegen Ende des Spiels, nur 15 Minuten später, sagte sie, sie müsse zurück in ihr Hotel gehen, weil ihre Freundin verlangte, dass sie ihre Hose zurückgibt. Der Freund fügte hinzu, dass er ihr anbot, sie mit seinem Auto mitzunehmen, da es draußen bereits dunkel war. Das Mädchen beschloss jedoch, zu Fuß zu gehen. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass die Männer höchstwahrscheinlich nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hatten. Die Überwachungsaufnahmen zeigten, wie Brittany das Hotel allein verließ, aber keiner der Männer folgte ihr. Die Ermittler sahen sich das Zimmer des Mädchens an und stellten fest, dass fast alle ihre Habseligkeiten an ihrem Platz waren. Lediglich ihre Handtasche und ihr Telefon hatte sie in der Nacht aus dem Hotel mitgenommen. Dies deutete darauf hin, dass es unwahrscheinlich war, dass Brittany auf eigene Faust weggelaufen war. Dem widersprach die Korrespondenz, die sie wenige Minuten vor ihrem Verschwinden mit ihrem Freund führte. Brittany sagte ihm, dass sie am nächsten Morgen nach Hause fahren würde. Das Mädchen fügte hinzu, dass sie nach ihrer Rückkehr ins Hotel nichts mehr vorhatte und nur noch ins Bett gehen wollte. Die Polizeibeamten versuchten, die Chronologie der Ereignisse an diesem Abend zu rekonstruieren. Brittany verließ das Hotel des Freundes um 8.48 Uhr und die letzte Nachricht an den John wurde um 9.15 Uhr gesendet. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen das Hotel fast erreicht hatte und nur wenige Minuten vor dem Hotel verschwunden war. Außerdem fand die Polizei eine Straßenüberwachungskamera, die sich nur wenige hundert Meter von ihrem Hotel entfernt befand. Sie sahen sich das Bildmaterial an, aber Brittany war nicht darauf zu sehen. Das bedeutet, dass sie auf dem Weg zu dieser Kamera verschwunden ist. Die Ermittler forderten bei ihrem Mobilfunkbetreiber Daten über die Verbindungsabbrüche des Mädchens zu den Sendemasten an. Zu ihrer Überraschung fanden sie heraus, dass das Telefon bis in die frühen Morgenstunden eingeschaltet war und das letzte Mal, dass es eingeschaltet war, war etwa 90 Kilometer von Myrtle Beach entfernt, direkt am Highway 17. Dies war für die Polizeibeamten ein Alarmzeichen. Die Gegend, in der Brittany's Handy zuletzt gesehen wurde, war von Sümpfen bedeckt, in denen sich viele Alligatoren tummelten. Die Ermittler befürchteten, dass das Mädchen entführt und getötet worden sein könnte, bevor ihre Leiche in einem dieser Sümpfe versenkt wurde. Die Polizei leitete eine Suchaktion in dem Gebiet ein und setzte Hubschrauber, Quads und Hunde ein. Es gelang ihnen jedoch nicht, eine Spur des vermissten Mädchens zu finden. Elf Tage später wurde die Suche abgebrochen, da den Ermittlern klar wurde, dass das Mädchen, falls es sich in dem Gebiet aufhielt, nach all der Zeit keine Überlebenschance haben würde. In der Zwischenzeit suchten die Polizeibeamten weiter nach Hinweisen in Myrtle Beach. In den ersten Tagen kam ihnen das Verhalten von Brittany's Freundinnen, mit denen sie dorthin gereist war, seltsam vor. Die Mädchen beantworteten kaum Fragen und zogen später in ein anderes Hotel. Auch die Mutter der Vermissten versuchte, mit den beiden zu sprechen, doch sie reagierten einfach nicht auf ihre Anrufe. Das kam ihr alles sehr verdächtig vor. Die Ermittler fanden jedoch keine mögliche Verbindung zwischen diesen Mädchen und dem Verschwinden von Brittany. Sie waren alle zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Hotel, schrieben ihr SMS und versuchten, sie anzurufen. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie etwas mit dem Fall zu tun haben, und zog sie nicht mehr als Verdächtige in Betracht. Darüber hinaus sprachen die Ermittler mit einem anderen Freund von Brittany, den sie am Tag vor ihrem Verschwinden kennengelernt hatte. Der Mann kam ihnen zunächst merkwürdig vor. Es gab jedoch keine Hinweise darauf, dass er etwas damit zu tun hatte. Außerdem kam er selbst auf die Polizeiwache, sobald er hörte, dass das Mädchen vermisst wurde. Folglich wurde er auch nicht als Verdächtiger betrachtet. In den folgenden Wochen wurde in den Medien intensiv über den Fall berichtet. Die Polizei veröffentlichte Überwachungsaufnahmen und hoffte auf die Hilfe der Öffentlichkeit. Und die Eltern von Brittany traten regelmäßig im Fernsehen auf, unter anderem in großen Fernsehsendungen. Später wurde der Fall in einer prominenten Sendung über das Verschwinden von Personen vorgestellt. All dies führte zwar zu einer Vielzahl von Hinweisen, doch keiner davon brachte die Ermittler dem Mädchen näher. Irgendwann beschlossen sie, alle in Myrtle Beach lebenden Männer mit Verurteilungen wegen Gewaltverbrechen zu überprüfen. Dieser Prozess dauerte eine ganze Weile, doch hier wartete eine Sackgasse auf sie. Das Hauptproblem bestand darin, dass die Polizei absolut keine Beweise hatte. Daher war es fast unmöglich, den möglichen Täter zu finden. Im Dezember desselben Jahres, acht Monate nach dem Verschwinden der Brittany, erhielten die Ermittler unerwartet eine neue Spur. Ein Touristenpaar, das in einem Zelt in der Nähe von Georgetown übernachtete, fand die Brille einer Frau und übergab sie der Polizei. Die Polizei fand heraus, dass die Brille der Brittany gehörte. Es wurden jedoch keine Spuren fremder DNA an der Brille gefunden. Seitdem sind ein paar Monate vergangen. Brittany's Mutter zog näher nach Myrtle Beach, um die Suche zu verfolgen. Sie äußerte auch die Theorie, dass ihre Tochter von einer kriminellen Bande entführt und dann in ein anderes Land gebracht worden sein könnte. Die Ermittler hielten dies jedoch für unwahrscheinlich. Im Juni des folgenden Jahres erhielt der Fall erneut eine Chance, gelöst zu werden. Ein 20-jähriges Mädchen ging eine Straße in Myrtle Beach entlang, als ein Lieferwagen vor ihr anhielt. Daraus stiegen zwei Männer aus und versuchten, sie zu packen. Das Mädchen konnte sich jedoch wehren. Sie schlug einen der Männer und flüchtete, woraufhin sie sofort die Polizei verständigte. Die Ermittler konnten einen der Angreifer schnell festnehmen. Es handelte sich um den 37-jährigen Timothy Taylor. Angesichts der Ähnlichkeit der Geschehnisse mit dem Verschwinden von Brittany, begann er sofort nach einer Beteiligung zu suchen. Fünf Monate lang versuchte die Polizei, ihn mit dem Fall in Verbindung zu bringen. Schließlich kamen sie jedoch zu dem Schluss, dass er höchstwahrscheinlich nicht beteiligt war. In den folgenden Jahren ging die Polizei einigen weiteren Hinweisen nach. Sie durchsuchten die Wohnung eines möglichen Verdächtigen und durchkämmten auch das Gebiet der Insel in der Nähe des Flusses aufgrund eines Hinweises eines Fischers. Doch all dies führte nicht zu einem Ergebnis. 2014 fand die Polizei ein Skelett in der Nähe der Stelle, an der das Handy von Brittany zuletzt aufgetaucht war. Sie vermuteten bereits, dass die Überreste zu dem Mädchen gehörten. Diese Version wurde jedoch nicht bestätigt. Das Skelett war männlich. 2016 erklärte das FBI, dass es nicht damit rechne, dass Brittany noch am Leben sei. Ihrer Meinung nach wurde sie entführt und an den Ort gebracht, an dem ihr Telefonsignal aufgezeichnet wurde und dann getötet. Das FBI setzte außerdem eine Belohnung von 25.000 Dollar für Hinweise aus, die zur Lösung des Falles beitragen. Einige Monate später nahm der Fall eine sehr unerwartete Wendung. Erinnern Sie sich an den Mann namens Timothy Taylor, der 2010 versucht hatte, ein 20-jähriges Mädchen zu entführen? Zur Überraschung der Ermittler war ihr neuer Verdächtiger sein Sohn, der 26-jährige Dashan. Der FBI-Informant, der in einem Gefängnis in South Carolina einsitzt, erzählte eine interessante Geschichte, die ihm widerfuhr, bevor er mit den Behörden zusammenarbeitete. Ihm zufolge kam er am 27. April 2009 zu einer Hütte in den Wäldern, wo sich seine Bekannten, die in verschiedene illegale Aktivitäten verwickelt waren, versammelten. Der Mann sollte Timothy Taylor Geld aushändigen. In dem Haus erwartet jedoch ein unheimlicher Anblick, in einem der Zimmer sah er, wie Dashan in Begleitung von elf anderen Personen einem Mädchen gegenüber Gewalt ausübte. Vor seinen Augen gelang es dem Mädchen, sich zu befreien und zur Tür zu rennen. Dashan zog jedoch seine Waffe und drängte sie zurück. Nachdem der Informant in einen anderen Raum gegangen war, hörte er zwei Schüsse. Später sah er, wie ein eingewickelter Körper aus dem Haus getragen wurde. Als der Mann später nach Hause kam, sah er einen Nachrichtenbericht über das Verschwinden von Brittany und erkannte, dass es sich um dasselbe Mädchen handelte. Zur Überraschung der Ermittler wurde diese Schilderung durch die Aussage eines anderen Informanten gestützt. Er enthüllte, dass Dashan Brittany tatsächlich entführt und in das Haus gebracht hatte, wo er sie missbrauchte. Dem Informanten zufolge plante der Täter, sie an einen seiner Freunde zu verkaufen, doch als der Fall publik wurde, hatte Dashan Angst, erwischt zu werden und tötete sie. Beide Schilderungen stimmten mit der Version der Ermittler überein. Den Informanten zufolge wurde das Mädchen zwei Tage nach der Entführung getötet und das Haus von Dashans Vater lag genau in der Gegend, in der Brittany's Telefon zuletzt aufgezeichnet wurde. Die Polizei hatte jedoch ein Problem. Es fehlten jegliche Beweise. Die Aussagen ihrer Informanten würden für eine Verurteilung nicht ausreichen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich bei den beiden um Schwerverbrecher handelt. Die Ermittler beschlossen daraufhin, Dashan wegen anderer Vorwürfe festzunehmen, da er im Jahr 2011 an dem Raubüberfall auf Mack beteiligt gewesen war, während er ein Auto fuhr. Auf der Flucht vom Tatort fuhren sie in einen anderen Staat, sodass es sich um ein Bundesverbrechen handelte. In jenen Jahren wurde der Mann jedoch nur in seinem Staat verurteilt, was das FBI ausnutzte. Sie verhafteten Dashan in der Hoffnung, von ihm Informationen über das Verschwinden von Brittany zu erhalten. Sein Anwalt versuchte, die Entscheidung anzufechten, da der Mann bereits für den Raubüberfall verurteilt worden war. Aber das FBI brachte den Fall trotzdem vor Gericht. Sie befragten den Mann auch zu dem Entführungsfall, aber er sagte, er habe nichts damit zu tun. Im Sommer 2017 stimmte Dashan einer Befragung am Lügendetektor zu, weil man ihm im Gegenzug eine geringere Strafe für den Raub versprochen hatte. Während dieses Verhörs zeichnete der Polygraph zwei Antworten auf, die ihm falsch erschienen. Dashan wurde gefragt, ob er Brittany seit ihrem Verschwinden gesehen habe und ob er etwas mit dem Fall zu tun habe. In beiden Fällen verneinte der Mann, aber der Prüfer glaubte ihm nicht. Doch auch die Ergebnisse des Lügendetektors konnten in dem Prozess keine Rolle spielen und die Ermittler hatten nichts in der Hand. Dashans Prozess endete im Juli 2019 und er wurde für seine Rolle bei dem Raubüberfall zu knapp einem Jahr Haft verurteilt. Während die Ermittler darüber nachdachten, wie sie seine Schuld beweisen konnten, geschah etwas anderes Unerwartetes. Im Februar gab der erste Informant ein Interview, in dem er plötzlich seine Geschichte änderte. Er behauptete nun, er habe Brittany seit ihrem Verschwinden ganze viermal gesehen und das Mädchen sei einen Monat nach ihrem Verschwinden getötet worden. Dies geschah angeblich durch einen Mann namens Nate. Diese Geschichte verwirrte und verblüffte die Ermittler. Sie versuchten, diesen Nate aufzuspüren. Es gelang ihnen jedoch nicht, einen solchen Mann zu finden. In den folgenden Jahren ermittelten die Polizeibeamten weiter. Sie versuchten, Beweise gegen Dashan zu finden, aber sie gingen auch andere Möglichkeiten durch. In den ersten Wochen nach dem Verschwinden von Brittany gingen die Ermittler alle Männer durch, die wegen Gewalttaten verurteilt worden waren. Damals hatten sie eine Liste der interessantesten Verdächtigen erstellt und zehn Jahre später beschlossen sie, sie erneut zu überprüfen. Ein Mann stand ganz oben auf dieser Liste, Raymond Moody. Es gab keine Beweise gegen ihn. Die Polizei berücksichtigte jedoch seine früheren Straftaten. Moody hatte 21 Jahre im Gefängnis verbracht, weil er sieben Mädchen missbraucht hatte, die jünger als er waren. Das jüngste Opfer war fünf Jahre alt und das älteste 17. Trotzdem hatte Raymond selbst drei Kinder. Nach der Scheidung begann er eine neue Beziehung. Raymond war der Mann, dessen Wohnung 2011 im Fall der Brittany durchsucht wurde. Es wurden jedoch keine Beweise gefunden. 2021 beschloss das FBI-Team, erneut zu versuchen herauszufinden, ob der Mann etwas mit der Entführung zu tun hatte. Diesmal wählten sie einen anderen Weg. Raymond hatte eine Freundin, mit der er seit über einem Jahrzehnt zusammen war. Als der Mann in den ersten Wochen nach Brittneys Verschwinden befragt wurde, gab er an, dass er an jenem Wochenende nicht in Myrtle Beach gewesen sei. Die FBI-Agenten fanden jedoch heraus, dass dies eine Lüge war. Am 26. April, einen Tag nach dem Verschwinden des Mädchens, wurde er von einem Autobahnpolizisten angehalten, der ihm einen Strafzettel für zu schnelles Fahren ausstellte. Darüber hinaus bestätigte seine Freundin, dass sie an diesen Tagen mit ihm in Myrtle Beach gewesen war. Damit war nicht nur sein Alibi entkräftet, sondern es deutete auch darauf hin, dass Raymond die Polizeibeamten absichtlich angelogen hatte. Ein weiterer interessanter Punkt war, dass die Polizisten seine Freundin bereits in 2011 befragt hatten. Damals sagte sie, sie schließe eine Beteiligung Raymonds an der Entführung angesichts seiner früheren Straftaten nicht aus. Im April 2022 wurde sie erneut befragt. Als der Frau Fragen über den Tag des Verschwindens von Brittany gestellt wurden, begann sie sich seltsam zu verhalten und versuchte zu gehen. Die Ermittler überredeten sie jedoch, zurückzukehren. Die Frau sagte dann, dass Raymond am Tag nach dem Verschwinden von Brittany mit Kratzern im Gesicht nach Hause kam, deren Herkunft er nie erklärte. Was den Tag des Verschwindens selbst betrifft, so gab die Frau an, dass Raymond darum bat, für eine Weile das Auto zu wechseln. Er nahm ihren großen Pick-up und gab ihr seinen Pkw. An dieser Stelle erwartete die Ermittler eine interessante Wendung. Nach ihrer Erzählung beschlossen sie, die Bewegungsdaten ihres Telefons noch am selben Abend zu verfolgen. Dank der modernen Technik gelang ihnen das auch. Es stellte sich heraus, dass sich das Handy der Frau in der Nähe des Ortes befand, an dem Brittany angeblich entführt wurde. Außerdem benutzte sie am selben Abend in der Nähe dieses Ortes eine Kreditkarte. Aufgrund dieser Informationen kamen die Ermittler zu dem beunruhigenden Schluss, dass die Frau möglicherweise mit Raymond im Auto saß, als er Brittany entführte. Als sie befragt wurde, stritt sie diese Theorie ab. Die Frau gab an, dass sie ihr Telefon und ihre Bankkarte im Auto vergessen hatte. Sie fügte außerdem hinzu, dass Raymond an diesem Abend das Haus verließ und eine halbe Stunde später zurückkehrte, ohne sein Verhalten zu erklären. Die Ermittler forderten die Frau auf, zu versuchen, mit Raymond zu sprechen und schlugen ihr sogar vor, ein Mikrofon zu tragen. Sie lehnte dies jedoch ab. Nach diesem Gespräch überwachten die Ermittler mehrere Tage lang die Wohnung der Frau. Sie bemerkten, dass Raymond sich sehr seltsam verhielt. Er verließ ständig das Haus, suchte etwas im Auto und war sichtlich nervös. Die Ermittler erwirkten daraufhin einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung, wo sie mehrere Telefone und andere interessante Gegenstände beschlagnahmten. Aber nichts davon brachte ihnen die Beweise, die sie vor Gericht verwenden wollten. Die Ermittler erkannten, dass sie kurz vor der Lösung des Falles standen und beschlossen, einen interessanten Schachzug zu wagen. Anhand der Telefon- und Kreditkartendaten der Frau wollten sie sie wegen des Verdachts der Beihilfe zu der Entführung verhaften. Und diese Entscheidung brachte ihnen ein willkommenes Ergebnis. Sie baten Raymond zum Verhör vor und teilten ihm mit, dass sie seine Freundin verhaften würden. Innerhalb weniger Minuten erklärte der Mann plötzlich, dass sie nichts damit zu tun hatte und er Brittany allein getötet hatte. Daraufhin erzählte er den Ermittlern seine Version des Geschehens, die sofort Zweifel aufkommen ließ. Laut Raymond fuhr er in jener Nacht mit seiner Freundin die Straße entlang, rauchte Gras und sah Brittany. Sie kam von sich aus auf sein Auto zu, sagte, sie wolle auch mitrauchen und stieg dann in das Fahrzeug ein. Sie fuhren dann angeblich in Richtung Georgetown zum Flussufer. Raymond sagte, seine Freundin habe sie für eine Weile verlassen und er habe versucht, mit Brittany intimen Kontakt aufzunehmen, aber sie habe sich gewehrt, woraufhin Raymond sie misshandelt und erwürgt habe. Anschließend versteckte er die Leiche, da seine Freundin jeden Moment zurückkehren sollte. Als sie ankam und fragte, wo Brittany sei, sagte Raymond, ihre Freunde seien gekommen, um sie abzuholen. In derselben Nacht kehrte der Mann zum Fluss zurück und vergrub ihre Leiche. Diese Version schien den Ermittlern äußerst zweifelhaft zu sein. Ihrer Meinung nach hatte Raymond die Geschichte verdreht und es war nicht das, was wirklich passiert war. Wahrscheinlicher war, dass der Mann Brittany von einer leeren Straße entführte und zum Fluss brachte, wo er sie missbrauchte und tötete. Für diese Version sprach auch, dass das Mädchen plötzlich nicht mehr auf die Nachrichten des Mannes reagierte. Selbst als der junge Mann drohte ihrer Mutter die Wahrheit zu sagen, reagierte sie nicht. Obwohl sie laut Raymond zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war und mit ihm im Auto unterwegs war. Doch selbst mit diesem Geständnis konnten die Ermittler erwarten, dass er für seine Taten bestraft werden würde. Raymond führte sie zu der Stelle, an der er die Leiche vergraben hatte und die Polizei fand dort tatsächlich Überreste. Anhand von DNA-Analysen und Zahnunterlagen stellten Experten fest, dass sie zu Brittany gehörten. Der Mann wurde wegen Entführung und Mordes angeklagt, woraufhin die Vorbereitungen für den Prozess begannen. Seine Freundin änderte ihre Aussage und gab zu, dass alles genau so passiert war, wie Raymond es gesagt hatte. Die Ermittler erkannten, dass die Geschichte so konstruiert war, dass die Frau nicht für ihre Mitschuld bestraft werden konnte. Doch ihre Hauptsorge galt Raymond selbst. Die Tatsache, dass er den Ort der Beerdigung des Opfers ausfindig gemacht hatte, bewies seine Schuld. Und nach 13 Jahren konnte der Mann endlich bestraft werden. Bei der Verhandlung änderte er seine Aussage nicht und plädierte auf schuldig. Deshalb wurde der Prozess in kurzer Zeit beendet. Am 19. Oktober 2022 wurde Raymond zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung war er 62 Jahre alt. Es war also unwahrscheinlich, dass er jemals wieder freikommen würde. In seinem letzten Wort erklärte der Mann, dass er ein echtes Monster sei und es ihm leidtue, dass er dem Mädchen dieses Leid zugefügt habe. Auf diese Weise gelang es schließlich, dieser komplizierten Geschichte ein Ende zu setzen. Dennoch gibt es einige Punkte, die den Ermittlern bis heute zu denken geben. Zum Beispiel können sie immer noch nicht genau sagen, warum zwei ihrer Informanten falsche Angaben gegen Dashan gemacht haben. Bei beiden Personen handelte es sich jedoch um Kriminelle mit einer kriminellen Vergangenheit. Daher wurden ihre Aussagen zunächst mit großer Skepsis betrachtet. Möglicherweise benutzten sie die Informationen, um Dashan etwas anzuhängen. Im Gegenzug sollten sie für ihre Hilfe bei den Ermittlungen eine Strafminderung erhalten. Es gibt noch eine weitere Sache, der die Ermittler nachgehen. Sie vermuten, dass Raymond in das Verschwinden einer 28-jährigen Frau im Jahr 2005 verwickelt war. Er wohnte damals in ihrer Nähe und die Ermittler glauben, dass er sie entführt haben könnte. Raymond streitet dies jedoch ab und es gibt keine Beweise gegen ihn. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass er nicht zusätzlich angeklagt werden wird. Aber wenn es ihre Ermittler hat, dass er sie kennt, warum sie getötet haben wird, aber er so wichtig, dass er nicht zu t?- Er ist einig.